Ja, damit er auch Geld kriegen kann. Gerne. Ja, wow, vielleicht soll ich mal vorher sagen, wo es überhaupt langen will. Wow. Hm. Hm. Komm ran. Sehr schön. Okay. Easy. Mal gucken, ob es jetzt wird, aber sollte er eigentlich. Ja, das ist ein Gewinner, geht ja mich. Hoffe ich. Nice. Easy. Hey, starkes Rennen. Nächstes Mal kriege ich dich. Wer hat denn gesagt, dass es ein nächstes Mal gibt? Hm. Wir sehen uns. Stimmt, wenn du mir wieder Geld andrehst, dann, dann, äh, bin ich für eine Revanche haben. Ja. Da sehe ich den Punkt auf jeden Fall. Wuhu. Uh. Uh. Glück gehabt. Oh. So. Und dann. Oh. Ja. ja oben oben so und solange wir diesen blast halt nicht haben brauchen wir auch keine aktivitäten zu machen ja ich weiß ich finde das immer ein bisschen stoff wenn man das dann irgendwie nicht erfährt oder man rennt dann rum und weiß dann nicht was man ist ja öfters so bei also bei spielen allgemein jetzt ab entwickler unabhängig wo wir so dieses viecher komm her jetzt natürlich und hier brauche ich irgendwas wie groß ist es ja nicht also das war schon was das war es schon schon groß aber überschaubar obwohl ich glaube jetzt ja auch mehrere welten oder erden planeten planeten nicht erden hier ist er ja der gute hallöchen popöchen wie geht's kann ich helfen hallo werig schickt mich nenn mich wonder du bist neu ich bin das ist nix na gut okay und nix der auftrag geht rein schnappt die kundenliste platziert die bombe am generator das öffnet die gehege damit ist deren operation gelaufen okay und die bombe da drüben ist eine standard baradium ladung mit zeitzünder ja klar baradium verwende ich doch ständig ja jeden tag vom frühstück bisschen baradium am morgen vertreibt die nachbarn und die sorgen so zu legen ich bin in bombenstimmung also ich habe mich in den park zugutgestellt und ihr wollt dass ich dir jetzt nicht noch jahre wow scheiße arschrotsche oh danke ich war mir hier im park zugutgestellt und jetzt was gebrochen wäre könnte es nicht mehr laufen das ist doch schlecht also ich würde ganz ehrlich sagen weil ich da ja auch die spezialmission habe das sieht aus wie eine private landeplattform meinst du wir dürfen sie benutzen nix das kann man hier nutzen schiff nicht verfügbar wieder ein schiff ach ja stimmt haben wir doch sind nur kaputt ist gerade nur kaputt dafür werde ich nicht gut genug bezahlt naja dann schlaf einmal aufs köpfchen hast trinkst du kein zöpfchen die zwei aufs köpfchen ergibt gar keinen sinn reimt sich aber dann nimmst du kein zöpfchen nimmst du kein zöpfchen nimmst du kein zöpfchen gehst du aufs köpfchen das passt da sind die pikes dürfen uns nicht sehen da vorne wartet ärger mhm wenn ich liebe umsätze so na komm die sind hinter uns her ah mist ist er dumm äh ja nein hab ich ja bock ich baller mich nicht da durch das war nur dumm was hat es mit diesen tieren auf sich monda oh boomers stinken fürchterlich aber die heute kann man so behandeln dass die gundak leder ähneln und was passiert mit ihnen du befreist sie mhm okay machen wir es mal nochmal ja das ist besser ich würde es mir in den pikes nämlich nicht verschärzen das ist so so dämlich ah jetzt ah c ist runterklettern und ducken ah diese diese doppeltasten bei ubisoft da sind immer nur zwei dinge die passen nicht zusammen ah die schnauze jetzt gibt es kopfschmerzen geht so zu feuerhaus ob du willst oder nicht ach das ist immer nur bei ubisoft irgendwie bei jedem spiel sieh sieht nach pikes aus ach ach ich bin ich bin dir ich bin mir auch Das sollte ich mir mal ansehen. Wie stehen die jetzt auf einmal? Wie stehen die so komisch? Hast du was, Kleiner? Wie kriege ich den jetzt weg? Nichts. Fass. Geklappt. Das hat mich jetzt sehr irritiert eben. Tog dich aus, Nix. Wenn ich komm? Nötige Sicherheit, das ist mir so lieber. Tog dich aus, Nix. Nichts, oder? Tzadda. Tzadda. ging sehr gut jetzt die holen mussten wir jetzt so machen habe ich jetzt mal riskiert und haben gewonnen ja schön okay hier braucht man schlüssel karte da mal rum als das überschwerer letztes mal weg weg die haben sie jetzt mal auch entdeckt warte 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 wird nicht gewartet wird geschlafen ich mag dieses reaktionsspiel wo ist jetzt die kundenliste ja gute frage keine ahnung hier war hier waren wir ja schon mal vielleicht ist die liste auf dem holopock die hutten verschwenden dein talent was wird das ein angebot primson dawn will wissen wer bei den pikes kauft gibt mir die liste und wir beide profitieren was ist mit werik hutten schläger sind leicht zu belügen nur nicht blinzeln was wenn ich nein sage jetzt wo du weißt für wenig arbeite kann ich dich nicht gehen lassen aber wir entdecken die nicht ab und auftrag ziel zu ende bringen ich führe das zu ende schade kein verstecken mehr niemandem vertrauen primson dawn gut ist es na komm nix auf zum generator der mutiere den generator der damit ist der damit gemeint die blaster wunde macht wieder ärger ja Seht ihr das an? Ähm. wo hier unten vielleicht ja das sieht gut aus wo ist der generator der ist bis hier wo findet man heute noch gute energiewandler weiß ich nicht weißt du wo du aber schlaf findest okay okay sieht gut aus glaube ich was angefasst ich habe nämlich nichts angefasst die uhr läuft ziemlich schnell es muss einen anderen weg geben siehst du einen ausweg nix doch da geht nix na los nix komm ich weiß sehr danke oh gott hoch fach 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 ernsthaft jetzt doch gott komm 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 hoch hoch du scheiße 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 fach 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 ähm halt die aufschrege geht echt immer klapper wow Oh!